Milchgrotto ist eine kleine Kirche, die gebaut wurde im Platz, wo nach Überlieferung Maria Milch geben wollte, dem Jesu, wann sie nach Ägypten fluchteten, wann angefangen hat der König, die unschuldigen Kinder zu töten. Ein Tropfen von ihrem Milch ist auf den Boden gefallen und hat den ganzen Felsen weiß gemacht. Das ist eine Überlieferung, steht nichts davon im Evangelium geschrieben. So obwohl es heute eine prafranziskaner, katholische Kirche ist, die Pilgergruppen kommen nicht her. Aber es ist schön zu sehen, so eine kleine Kirche, die in der Seite, nicht im Zentrum von Bethlehem liegt. Is das gut? Was hat man euch? Amen. 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 Vielen Dank.